Viel Spaß allen Großen und Kleinen und vor allen Dingen den Kleinen heute Abend. Ich freue mich ganz doll, heute zur Kinderkulturnacht in Eisenach dabei zu sein. Die Markörfunker in Eisenach, einen wunderschönen guten Abend hier aus Wünshock aus Familie. Die Markörfunker in Eisenach, einen wunderschönen guten Abend. Paulinas Shirt wurde vom Karpfen-Experten ausgezeichnet als das Bild, was dies Jahr das Logo der Kinderkulturnacht geworden ist.